Ich bin mir sicher, dass wir eine sehr überzeugende Lösung für Borussia Dortmund gefunden haben. Jürgen Klopp passt mit seiner begeisternden Art gut zum BVB, auch gut zu Dortmund und zur Region. Wo ja Fußball auch einen sehr hohen Stellenwert hat und auch vielleicht intensiver gelebt wird als in anderen Vereinen oder Regionen. Für mich persönlich ist es natürlich eine Ehre, muss ich ganz klar sagen. Auf das, was am Ende kommt, was am Ende dafür kriegt. Und auch wir sind extrem ambitioniert in jedem einzelnen Spiel, das wir 97 Minuten erfolgreich bestreiten wollen. Jetzt wieder auf der anderen Seite. Und jetzt kommt er! Waschikowski, lott! Die Schatzkraft! Lähter Barski! Lähter Barski! Lähter Barski! Lähter Barski! Lähter Barski! Lähter Barski! Ja! Und dann seid ihr bereit, das was gut! Und jetzt kommt er! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF, 2020